Zack, ja okay, ne doch nicht, oder? Verdammt, ich bin verwirrt. Ich muss auf der richtigen Seite bauen, sonst rieche ich nur durch. Aber gegen Can macht dich, glaube ich, ganz gut, bei dieser Runde, hat immer noch volle Leben und wie es aussieht, müsste vielleicht nur nochmal gerade oder ungerade zahlen, also jetzt, erst auf 1, 2, 3, müsste die ungeraden Zahlen nochmal verbinden, 3 und 5, wäre nicht verkehrt. Ja, so, das funktioniert am Anfang noch ganz gut, was er macht, aber später nicht mehr. Ja, ja, genau, beim Boss wird es nämlich problematisch. Ja, auch bei R irgendwann. Ja, sieh es. Oh, meine Katz macht im Hintergrund gerade Theater. Na, wie geht's? Alte Ziege. Sterbt, ihr Schweine! Oh, danke. Bye, Peaches. Oh, wie schnell. Ich habe aber hier eine erhöhte Geschwindigkeit eingestellt. Du bist ja 10 Runden weiter wie ich, oh Gott. Oh, Leute, ihr wisst gar nicht, was ich gerade bauen kann. Ein Emerald. Äh, oh was, Red Crystal? Scheiße. Entschuldigung, aber. Ha, ha, ha. Ach, Mann. Also, da ist er jetzt einfach dran schuld. So, ich muss gleich. Wenn ich das Ding habe, dann muss ich da jetzt mal kotzen. So, die nächste Runde bin ich erst mal halbwegs sicher. Das ist zwar nicht so, wie ich es gerne hätte, aber was soll's. So, noch zwei Runden, dann bin ich erst mal halbwegs sicher und dann kann ich weiter bauen. Rolf 21, meine Fresse. Das ist halt die erhöhte Geschwindigkeit, das geht halt. Warum hast du uns das nicht gesagt? Dann hätten wir das auch gemacht. Das habe ich vorhin schon gesagt. Was? Natürlich. Scheiße, ich glaube, die kommen alle durch bei mir. Nein, nein, nein. Stirb, 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 komm, du bist vergiftet. Stirb, jetzt, jetzt, jetzt. Äh, der Einer kommt durch. Ich hätte den Red Crystal nicht bauen sollen. Da sind drei gute Türme dafür weg gewesen jetzt. So, eins, zwei, oh, oh, warte mal, dann komm ich? Scheiße, ja, ich hab acht, die ich's durchkomme. Check. Das heißt, ich kann da jetzt, äh, das ist jetzt schlecht. Ich muss jetzt einen von denen bauen, weil ich nämlich hier nachher nicht weiß, wie ich hier rumkomme. Das sind natürlich die Guten hier hinten rausgekommen, das ist blöd. Das ist echt doof, ich muss es leider machen. Scheiße. Scheiße, 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 oder kann man solche auch noch abreißen? Ne, geht nicht. Scheiße, 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 scheiße. Ja, dann komm hier. Wirst du dich in einen sauren Apfel beißen. Oh nein, ich kann jetzt kein Red Crystal bauen. Den hab ich auch gerade gebaut. Und trotzdem heizt es nämlich gerade an die Erde, das passt gerade ganz gut. So, jetzt habe ich nun schon das Tolle, dass wir halt durch das Maze durch müssen. Hier hinten erstmal rauskommen, um zu eins zu kommen und da schon fleißig Damage fahren. Nehmen. So. Das heißt, bevor ich jetzt hier weitermache, mach ich erstmal hier weiter. So, wo ist jetzt mein, mein Bilder, oder? Muss ich nochmal gerade gucken. Das heißt, dass ich den eigentlich jetzt hier schon mal wegnehmen kann. Ähm, passt. Passt. So, dann hätten wir schon mal den. Tja. Das ist für einen Pink Diamond. Das ist auch für einen Pink Diamond. Da hab ich schon die beiden. Da hab ich auch die beiden. Ja, super. Das nimmt sich echt viel. Das ist für ein paar Reibeltomalin. Hätte ich aber auch gerne. Machen wir hier hin. So, einmal durch. So, mein, schauen wir mal nach Combo und Pest. Ich hab schon eine Länge von 1488. Es wird noch ein bisschen länger. Ich schau nochmal hier. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich komm mir irgendwie nicht klar, wenn das so weitergeht. Spiegel verkehrt krieg ich ja noch hin. Aber so gekippt, ey, das ist eine Katastrophe. Gekippt krieg ich wiederum hin. Nur gekippt und spiegelverkehrt, das geht nicht und spiegelverkehrt auch nicht. Ich hab das nächste Mal ja gerne tauschen. Ich muss meine Monster, die müssen von links beziehungsweise von oben kommen. Sonst komm ich gar nicht klar. So, da haben wir... Oh, das ist für den Dark Emerald. Ja, bitte, nehme ich gerne. Weil der Dark Emerald ist ein verdammt wichtiger Stein. Oh, ja, das stimmt. Dark Emerald ist super wichtig. Ich hab gerade einen Monster aus meiner Maze rausgekommen, was jetzt den halben Weg laufen muss mit noch nicht mal einem Balken im HP. Lauf schneller. Danke. So, jetzt geht's hier wieder weiter. Oh, ich kann auch gar nicht weitermachen. Ja, ich hab mich jetzt irgendwo ein bisschen Abstand verschätzt. Deswegen kann ich hier keine nächste Reihe mehr machen. Deswegen wird das hier... die letzte Reihe sein und es geht dann nur bis hier hinten hin. Schade. Ich hab das schon mal besser geschafft. Nein. Ich bin Yellow Saphir. Was ist das? Floor zu fahren. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, King Can hat seine Gän-Chancen noch nicht so erhöht. Kann das sein? Oh, doch. Doch, er hat Floorless. Und er hat wieder einen kombinierbaren. Er hat Stufe 5, genau wie ich. Hat der Ampela schon dreimal gemacht? Aha. Hm. Bin Pink Diamond den Stein oder soll ich lieber einen sofort Silver bauen? Verdammt. Verdammt, verdammt. Ich kann mich nicht entscheiden. So. Silver auf der Stufe würde ich jetzt nicht mehr bauen. Tja. Und für den Bloodstone will ich nicht. Für den Black Opal, das ist sehr gut. Vielleicht will er die ja gar nicht kombinieren. Doch, er hat aber gefragt, wie es geht. Also will er wahrscheinlich auch. Ach so, das haben wir ihm in der letzte Runde schon erklärt. Ja. Nee, 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 nee. Ah, jetzt hat er es. Oh nein, das ist ein Red Crystal. Nein, egal. Für das erste super. Er hat zu viele Tier 1 Games gebaut. Vor allen Dingen in der Mitte, wo es wichtig ist. Äh, wo geht es bei mir nicht weiter? Ach so, Steine bauen. Ich habe so eine Scheiße hier gebaut, ey. Das würde schon ein Uranium geben. Aber wo habe ich eine Zutaten? Saphir. Wo war denn der Saphir? Für Uranium. Ach, bitte. Da will ich kein Uranium hinmachen. Das ist viel zu weit vom Schuss weg. Obwohl mit der Reichweite... Nee, 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 nee. Da ist doch total verkehrt. Scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Dann lass mich hier lieber noch einen Slow Tower hinsetzen. Weil den hätte ich dann irgendwann lieber gerne hier drin. Oh, jetzt habe ich zwei gute, die ich brauche. Oh, King John hat mehr Leben als, äh... Spiel doch auf Easy. Ach, stimmt. Genau wie Scannon. Oh, oh, oh. Ja, ich möchte doch erstmal die Sachen von Anfang an freischalten. Ah, er. Ja, ihr kommt mir durch. Wow, ich habe ein Red Crystal. Ja, ultimative. Hat sich gelohnt, das Teil. Einer steht genau auch wirklich am ersten Tier. Am ersten Punkt. Ja, man steht am zweiten reicht. Er steht da, wo er an einem Kreuz ist, am Ich-Gitzen halt. Weil sie dann immer mal durchfahren. So, dann geht es jetzt mal hier weiter. Oh, so viel Gute hier hinten, ey. Das ist doch eine Scheiße. So, noch zwei Runden, dann ist mein Maze halbfertig. Oh, zack. Nächste Runde muss ich auf jeden Fall wieder oben spielen. Ist doch eine gequirlte Scheiße hier. Ich gehe dann gerne an den Kartenrand. Ich habe schon zweimal verbaut jetzt. So, los. Eigentlich konnte ich es einigermaßen fixen. Los, 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 los. Macht Schaden, macht Schaden, macht Schaden. Scheiße, es kommt die ganze Luft durch. Nein. Ah, Scheiße. Ich habe den falschen Steigen gerade gebaut. Ich könnte kotzen. Ja, selber schuld. Scheiße, kommt ihr alle durch? Wollt ihr mich verarschen? Du hast doch einen perfekten Amethisten. Was möchtest du denn? Den habe ich jetzt gerade bekommen. Ich hatte ihn eben in der Runde auch schon mal. Okay, Leute. Ich glaube, ich bin gleich wieder raus. Ach nee, komm. Die Hydralisten kommen durch. Du hast... Oh, nur sechs. Es liegt nicht an mir. Was ist ein Red Crystal? Stell dich an, nicht so an. Ah, Red Crystal, tu was. Schieß auf die Boden. Okay, da kommen viele durch. Wieviele habe ich denn noch? Sechs. Acht kommen durch. Ja, das war es für mich. Hallo. Hallo. Wie gesagt, es ist mir zu komisch hier auf der Seite. Du kannst gleich noch nichts ohne Geld machen. Ich würde gerne oben spielen und ich gehe an deine Position. Ich würde gerne an die Position gehen. Weil die kann ich. Dann gehe ich auf deine Position. Die kann ich auch. Das ist gut. Jetzt läuft es mal echt gut. Verdammt. Entschuldigung. Aber wirklich. Das soll sich mal wirklich beschweren, die langsam. Ja. Erzähl doch mal was aus deinen, äh... Ja, wie wollen wir jetzt noch weiterspielen, oder was? Ich kann ja nichts mehr machen. Tja. Würde ich sagen, Neustart. Ja. Aber jetzt möchte ich erst mal wissen, was als nächstes noch an den Stein gekommen wäre. Oh, jetzt kommt die böse Air. Damit ich nämlich... Damit ich dich nämlich verfluchen kann. Oh, mein Red Crystal hat alle getötet. Ey, es ist doch wert, der Red Crystal. Nee, ne? Perfekter Emerald. Ernsthaft? Ey, mein Freund. Nein, warum geht das nicht? Natürlich, komm, ist doch klar, ne? Es ist jetzt die Chance, die hast du jetzt für die nächste Runde aber auch wieder vertan, ne? Das ist dir schon klar. Alter, das ist jetzt nicht dein Ernst. Was kommt da jetzt noch hin? Ich hätte einen Dark Emerald gehabt. Ich hätte jetzt einen Dark Emerald gehabt. Tja. Oh, gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem tollen Paradebeispiel. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao.